Diese Szene von Patrick Puchegger, Foul an Knipfer, Strafstoß, Entschiedschiedsrichter Manuel Steigerwald und die Chance für Abdelhamid Sabiri 1 zu 1, 33. Minute per Elfmeter. Eiskalt verwandelt der FC Durchgang, es ging genauso weiter, 58. Minute wieder Abdelhamid Sabiri ins linke untere Eck im Stil eines Ulf Kirsten, wenn man denn so mag, 2 zu 2 ganz trocken und cool Vortorwart.